Und damit auch Hello there, liebe Freunde und willkommen zu einem ganz speziellen Video. Von meiner Seite fröhliche Weihnachten und fröhliche Festtage. Was war das für ein Star Wars Jahr 2022 und auch für mich persönlich ein Jahr der Veränderung. Wir haben nicht nur ganz, ganz tolle Serien, Bücher und Spiele bekommen, sondern mittlerweile auch hier eine wunderbare Umgebung. Wer hätte es gedacht, vielleicht ist das doch nicht so ganz Tatooine, vielleicht ist das einfach nur diese große Halle, die wir gerade so aufbauen und in der auch nächstes Jahr so viel passieren wird. Ich möchte mich vor allen Dingen bei euch da draußen bedanken, dass ihr die Videos geschaut habt, mitkommentiert habt, mitdiskutiert habt und auch ganz viel beigetragen habt zu dem, was ihr hier gerade immer wieder weiter erlebt. Außerdem ein ganz, ganz großes Dankeschön natürlich auch an alle Star Wars Universe YouTuber, an Tim von Star Wars Facts, an den lieben Sebastian von Star Wars Basis, wer kennt ihn nicht, an natürlich die Star Wars und Brickfilm Universe Leute, aber auch an YouTuber, die ich mittlerweile außerhalb dessen kennenlernen durfte, wie zum Beispiel Jakob von Star Wars Stories, den ich wirklich sehr zu schätzen weiß, als auch jeden anderen, der sich immer wieder mal hier unten in die Kommentare wirklich verirrt. Glaubt mir, ich habe euch auf dem Schirm und das ist mir wirklich sehr, sehr viel wert. Nächstes Jahr kann ich schon mal soweit spoilern, wird hier nochmal größer, spektakulärer und vor allen Dingen auch ein bisschen aufwendiger. Mir macht es momentan vor allen Dingen Lust, sowas hier für euch darzustellen, was es im Star Wars Deutschland Universum so bisher noch nicht gibt und das möglichst natürlich auch mit ganz vielen anderen Leuten. Ihr habt die letzten Monate verfolgt, auch in der Halle tut sich immer mehr was. Wir fangen im Januar, Februar mit den ersten Sets wirklich an, wo wir dann auch künftige Formate immer wieder umsetzen werden und auch der eine oder andere wird mich hier besuchen, um das Ganze zusammenzufassen. Ich bin wahnsinnig dankbar, was in den letzten zwölf Monaten hier passiert ist und ich bin wahnsinnig aufgeregt auf das, was in den nächsten zwölf Monaten und darüber hinaus natürlich passieren wird. Das Schwert, da gibt es ein Unboxing jetzt am Wochenende, die kommen natürlich auch regelmäßig, aber auch die werden nochmal ein bisschen krasser in Zukunft. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuschauen jedes einzelnen Videos, wünsche euch frohe Festtage und einen guten Rutsch. Wir sehen uns hier bald mit einem neuen Video und in diesem Sinne möge die Macht mit euch sein und ich mache mir hier das Ganze noch ein bisschen gemütlich in der Kälte von Tatooine's Nacht.